Aber wie vertreiben wir uns jetzt die Zeit? Ist ja doch noch eine Weile hin, was sagt die Sonne? Ja, nachher Mittag. Gut, wir könnten uns bei den restlichen Geschäften hier mal umgucken. Wir waren ja bisher bei der Alchemistin. Bei dem Aufstatter waren wir auch schon. Auf dem Marktplatz waren wir bei dem Kajit. Bei dem Rüstungshändler. Da waren aber noch zwei andere Läden, oder? Genau, hier war einer. Dorisa Darwil, Buchhändlerin. Hm. Jo, definitiv viele Bücher und eine Wache direkt im Laden. Das ist ja auch ungewöhnlich. Also, für einen Buchhändler. Hm, müssen recht wertvolle Bücher sein. Gucken wir mal, was sie so im Angebot hat. Ich grüße euch, Bürger. Ich bin Dorisa Darwil. Willkommen in Balmora. Hm. Was kannst du uns sagen über die Rats-Taverne? Die Rats-Taverne von Balmora befindet sich gegenüber des Schlickschreiters. Ja, das wissen wir. Wir würden aber gerne mehr über die dortigen Gäste wissen. Wir können ja mal so direkt die Camonatong ansprechen. Ja, das ist ein alter, bundesunstädtiger Verbrecherbanden. Na gut, sie will wohl nicht wirklich reden, sondern lieber ihre Ware loswerden. Also gucken wir doch mal. Ja, ganz viele Bücher. Keine Schriftrollen. Nur diese Städteführer. Ja, davon hatten wir auch schon welche gekauft, richtig? Altruhen. Balmora. Will weg. Satris Mora können wir auch noch holen. Und den Wadenfallführer. Balmora haben wir. Altruhen. Fürstenhäuser von Morrowind. Ja, das könnten wir uns auch mal zulegen. So, das sollte noch erstmal reichen. Sechs Draken. Das ist ja nicht wirklich viel. Können wir das drücken? Nein. Na gut, dann schönen Tag noch. Und wir hocken erstmal hier auf die Kiste. Und schauen uns den Führer von Balmora mal genauer an. Vielleicht steht da ja noch irgendwas drin, was wir gebrauchen könnten. Oder auch nicht. Also, hier ist der Ratssatz von Lalu. Dann müsste da Südwaldtaverne sein. Oder ist es genau andersrum? Hm. Das sieht eher so aus, wenn es hochgestellt wäre. Wo ist das Westen? Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Im Westen liegen die Geschäftsviertel. Gut. Das war die Karte. Im Westen ein Geschäftsviertel. Okay. Also sind wir gerade irgendwo hier auf der Karte. Dann müsste da... Ist das da der Tempel? Das ist ein komisches Symbol für den Tempel. So, da ist die Mondfalte-Festung. Frujada Mamaka. Und das da unten müsste dann Pelagiat sein. Ja, Pelagiat. Nach wie weg rechts, nach ebenherz unten. Seydanin ist da. Hlaut. Das ist auch noch relativ nah dran. Da waren wir auch noch nicht. So sollten wir bei Zeit immer machen. Denn je mehr Plätze wir haben, wo wir unsere Beute loswerden können, desto besser. Ist halt auffällig, wenn wir alles in einem Out verkaufen würden. Außer halt in der Diebesgilde. Die werden da schon diskret sein. Oben nach Chaldea. Da geht es zur Geisterpforte. Na gut, es hat jetzt nicht wirklich viel für die Stadt uns gezeigt. Aber wenigstens haben wir jetzt einen kleinen Überblick von der Umgebung. Hier schaut es mit dem Wadenfallführer aus. Das ist schon mal eine noch größere Übersicht. Wir sind gerade hier. Die Städten haben sie eingezeichnet, aber nicht genau, wo die Städte liegen. Das ist ja auch ungünstig. Jedenfalls bei denen hier oben. Der Rote Berg. Das sind dann die Ausläufe von den Lavaflüssen. Dagonfell. Oh, auf der Rückseite sind ja noch Notizen. Dann gucken wir uns doch mal die Notizen zu Balmora an. Balmora ist jetzt das Fürstenhause Lalu. Die größte Siedlung in Wadenfell nach der Stadt Vivek. Ja, Vivek soll echt groß sein. Da sollte man bei Zeiten mal hin. Balmora's vier Distrikte sind die Hochstadt, das Händlerviertel, die Handwerksstadt und die Mondfalterfestungen. Die Festung ist ein eigener Distrikt. Ist doch schon ganz schön außerhalb. In der Hochstadt auf dem Hügel im Westen findet man den Tribunaltempel. Also es ist definitiv kein imperialer Tempel. Aber das haben wir auch schon erkannt an diesen komischen Knochenhaufen, die auf dem Boden lagen. Aber keiner von den Priestern wollte uns was zu diesem Tribunal sagen. Schon kurios. Dann haben wir noch die Lalu Ratshallen. Und das Gildenhaus der Morag Tong. Ah, das muss das Haus mit der roten Lampe gewesen sein. Das sah ja schon aus wie ein Gildenhaus, hatte halt nur kein Schild hängen. Hm. Sonst haben wir hier nicht wirklich viel. Weltliche und geistliche Dienste. Dienste des Fürstenhauses Lalu findet man im Haloratshaus. Gläubige des Tempels suchen Trost- und Gottesdienst im Balmora-Tempel im Südosten. Fremdländer müssen die Stadt durch das Südtor verlassen. Und Richtung Mondfall der Festung. Ja. Da ist es halt alles ein wenig heimeliger. Jedenfalls für die Imperialen. Da steht noch was über die Gildenhäuser. Bessere Geschäfte gibt es in der Hochstadt auf dem Hügel. Da haben wir auch unsere Kleidung her. So wie ein, zwei Tränke von Alchemisten. Und die Diamanten. So, bedeutende Personen. Keiner der Lalu-Ratsherren liebt in Balmora. Das ist doch irgendwie komisch. Wenn es die zweitgrößte Stadt sein soll. Hier werden jetzt die wichtigen Personen aufgelistet. Eides Feuerauge der Kämmerer. Die Kämmererin eigentlich, oder? Magier-Gild interessiert uns nicht. Kämmerer der Morag-Tong. Etasi-Rilvain. Die Morag-Tong ist wieder was anderes. Also die Kamona-Tong war ja die örtliche Diebesgilde. Und was ist dann die Morag-Tong? Sollten wir uns auch mal umhören. Feldrelo-Sadri ist der ranghöchste Kleriker des Balmora-Tribunals-Tempel. Was haben wir hier noch? Wildnis führt südwestlich Amodai entlang zum Fischerdorf Laorat. Das haben wir auf der Karte ja gesehen. Ein Fischerdorf. Na gut, das dürfte für uns nicht so wirklich interessant sein. Nördlich nach Caldera und Aldrun. Ein nicht ausgebauter Pfad führt nordöstlich über die Schluchten der Fayuda Mamea zur Geisterpforte. Dem Pfad kann man leicht folgen. Jedoch werden die Pilger, die diesen Weg zum Schrein der Geisterpforte nehmen, häufig von gefährlichen Tieren angegriffen. Ja, nee, das wollen wir nicht. Also gut, nicht wirklich viel Neues Interessantes. Außer vielleicht diese Morag-Tong. Gehen wir doch einfach mal hin. Denn wir sollten schon mehr über die örtlichen Gilden wissen, wenn wir hier langfristig bleiben wollen. Oder eher müssen. Aber na gut, das müsste daher gewesen sein. Hier war das Ratshaus. Sprecht. Und das sah aus wie ein Gildenhaus. Und hier kommt auch der rote Schein her. So. Du kannst uns doch bestimmt noch etwas über deine Gilde erzählen. Ich bin Angeran und das ist bei Mora. Mhm. Mora-Tong will sie nicht drüber reden. Was ist denn dein Beruf? Ich bin eine Assassine. Mein Beruf ist das Töten. Sauber, diskret und zuverlässig. Ich werde beobachtet. Ich spüre es. Das ist eine komische Gilde. Ah, er will was uns über die Kamona-Tong erzählen. Aber nicht über die Mora-Tong. Nein. Was ist denn dein Beruf? Ich bin ein Agent. Es ist ja schön, dass sie darüber so offen sind. Es scheint wohl alle von der hiesigen Regierung abgesegnet zu sein. Aber ein Assassinen? Ein Agent? Und was bist du? Ein Mönch. Was ist eine sehr interessante Mischung? Vielleicht ein kleines Geheimnis? Tötet niemanden leichtsinnig. Es entwürdigt und schmälert euch. Tötet gewissenhaft, wenn das Töten euer Gewerbe ist. Oh, Töten unser Gewerbe? Ähm, das könnte erklären, was hier eine Assassine und ein Agent machen. Das ist eine Gilde aus Assassinen. Hm. Aber das hätten wir doch gerne bestätigt. Wenn es schon abgesegnet ist, dann dürften sie doch darüber reden wollen. Hm. Hm, du vielleicht? Hm, ne. Was kannst du uns sagen über deinen Beruf? Assassine. Ja, definitiv eine Gilde aus Assassinen. Was für Regeln willst du uns erzählen? Die Morag Tong vollstreckt Erlasse und erfüllt besondere Aufgaben auf Anordnung der regierenden Häuser. Gildnahmengehörige schädigen oder bestehlen niemanden. Davon ausgesommen sind nur Personen, gegen die ein Erlass zur Hinrichtung ausgesprochen wurde. Enthüllt niemals unsere Geheimnis- und Authentizitäten. Wenn ihr eine dieser Regeln brecht, müsst ihr unverzüglich mit einem Meister sprechen, um euren guten Ruf wiederherzustellen. Oder ihr könnt selbst das Ziel an der Exekution werden. Üh. Ähm. Okay. Das ist noch ein wenig außerhalb von unserer Liga. Und anscheinend wollen die hier eh keine neuen Bewerber haben. Denn erstmal redet keiner wirklich offen über die Gilde. Außer er hier jetzt. Und schon gar keiner darüber, dass sie neue Leute suchen. Also gut, dann verabschieden wir uns hier mal am besten. Aber für später sollten wir es auf jeden Fall im Auge behalten. Das wird bestimmt sehr profitabel sein. Aber da brauchen wir noch wesentlich mehr Kampftraining. Gut. Hier unten hatten wir noch ein, zwei Geschäfte, wo wir noch nicht waren. Oder? Also hier um die Ecke war ein Rüstungshenter. Da haben wir uns so Schittin-Hose geholt. Da war der Kajit. Was ist mit dem hier? Klagius Klanla. Ausstatter. Hm. Seid gegrüßt. Ich bin Klagius Klangla. Was verkaufst du denn so Schönes? Ein paar ranzige Heiltränke. Gemischtwaren, Schüsseln. Nichts wirklich Interessantes. Und wir haben auch nicht wirklich viel zum Verkaufen. Nee. Dann verabschieden wir uns gleich mal wieder. Außer du kannst uns vielleicht über die Morag Tong etwas sagen. Nee. Kann hier keiner. Wir könnten zu Kajos Corsades gehen und ihn fragen. Ich meine, er hatte uns ja schon angefangen aufzuklären über die hiesigen Gilden. Und wir dürften mehr als genug Zeit noch haben. Also ja, das klingt nach einem guten Plan. Auch wenn wir jetzt schon wieder das letzte Gebäude übersehen haben. Da hinten war nämlich auch noch ein Händler. Da müssen wir über Zeit noch mal reingucken. Aber momentan haben wir eh nichts zu verkaufen. Das passt dann schon. Auch wenn ich denke, dass er nur bestätigen wird, dass seine Gilde aus Assassinen ist. Und wir uns von denen fernhalten sollen. Aber schaden kann es ja nicht. Seid ihr gekommen, um über eure Anweisungen zu sprechen? Oder wollt ihr etwas anderes? Wir wollen etwas anderes. Wir würden eigentlich gerne etwas mit dem Morag Tong wissen. Aber er kann uns nichts Neues sagen. Das ist schade. Für den Tempel vielleicht? Oh, das ist auch eine wichtige Information. Der Tribunalstempel ist die ursprüngliche Religion. Er verehrt drei Gottkönige. Almalexia, Susa Sil und Vivek. Wie die Stadt? Hm. Die man zusammen als das Tribunal bezeichnet. Wir sprechen meistens einfach nur vom Tempel. Die sind engstirnig und abergläubisch. Aber vieles gefällt mir auch. Vor allem ihre Dienste an den Armen. Sie lassen auch Fremdländer beitreten. Was aber nur wenige tun. Höchstens wegen der Dienste. Wenn ihr beitreten wollt, solltet ihr euch mit Feldrelo Sardre reden. Den haben wir auch im Balmora Führer erwähnt bekommen. Das wollen wohl der höchste Priester hier sein. Ja, also das ist schon mal interessant, dass wir jetzt genau wissen, worum es bei diesem Tempel geht. Auch wenn das nicht unbedingt erklärt, warum da Knochen auf dem Boden liegen. Noch irgendetwas über die anderen Kilden vielleicht? Nö. Schade. Na gut. Dann werden wir uns anderweitig umhören müssen.